Im Jahr 1933 gelangte in Deutschland eine bestimmte politische Partei an die Macht, deren Name aus Sorge vor einer Störung der YouTube-Plattform namentlich nicht genannt wird. Sie verkündeten, sie hätten die deutsche Luftfahrtbranche von Grund auf erneuert. Diese Behauptung war jedoch alles andere als zutreffend, ihr Handeln führte vor allem zu einer quantitativen Ausweitung der Branche. Die deutschen Luftfahrtunternehmen waren bereits fest etabliert und in der Lage, den Anforderungen der wiederauf lebenden Luftwaffe gerecht zu werden. Ein Paradebeispiel für diese Fähigkeit war die elegante Heinkel Hi-70, die aufgrund ihrer bemerkenswerten Geschwindigkeit oft als Blitz bezeichnet wird. Dieses Flugzeug galt als Vorläufer der modernen Militärflugzeuge des Unternehmens, obwohl seine militärische Leistung nicht mit seinem kommerziellen Erfolg mithalten konnte. Seltsamerweise wird der Hi-70 in Diskussionen oft übersehen. Im Herbst 1931 stellte Lockheed sein Modell 9 Orion vor, ein elegantes und kompaktes Eindeckertransportflugzeug mit einziehbarem Fahrwerk und einer Höchstgeschwindigkeit von 220 Meilen pro Stunde. Diese Entwicklung drohte nicht nur den aufkeimenden Markt für kleinere zivile Transporte zu stören, sondern gefährdete auch das Ansehen der deutschen Luftfahrt. Zu dieser Zeit gehörten die deutschen Transporte zu den besten in Europa. Als Reaktion auf diese Herausforderung beauftragte die deutsche Lufthansa 1932 Ernst Heinkel mit der Entwicklung eines Flugzeugs, das der Fluggesellschaft helfen sollte, ihren geschätzten Ruf gegenüber der Orion aufrecht zu erhalten. Das Eindeckerprojekt Hi-65 wurde initiiert, aber im Mai wegen seiner geringeren Geschwindigkeit im Vergleich zu Orion aufgegeben. Darüber hinaus war bekannt geworden, dass die Swissair für die Strecke Zürich-München-Wien bereits Flugzeuge von Lockheed eingesetzt hat. Heinkel konzentrierte sich unverzüglich auf ein neues Tiefdecker-Design namens Hi-70. Die Verantwortung für das Projekt wurde dem Designer-Duo Siegfried und Walter Gunther übertragen. Es wurden alle erdenklichen Anstrengungen unternommen, um eine optimale aerodynamische Verfeinerung zu erreichen, da man hochmotiviert war, das Design von Lockheed zu übertreffen. Der Motor, ein Zwölfzylinder BMW VIZ, war in einer eng anliegenden Motorhaube untergebracht, die sich nahtlos in den ovalen Querschnitt des Rumpfes einfügte. Die Kühlung erfolgte mit Ethylen-Glykol anstelle von Wasser, wobei die höhere Verdunstungsrate genutzt wurde, um einen kleineren Kühler zu ermöglichen. Dieser Kühler war außerdem versenkbar, was zu einem geringeren Luftwiderstand bei höheren Geschwindigkeiten beitrug. Der als Monokok aus Duraluminium und Stahl konstruierte Rumpf verfügte über eine beanspruchte Metallhaut, die mit versenkten Nieten verziert war, was zu einer bemerkenswert glatten Oberfläche führte. Die Flügel- und Heckflächen hatten beide eine elliptische Form. Der Flügel, eine Struktur mit zwei Holmen, verfügte über Hinterkantenklappen und war mit hochglanzpoliertem Sperrholz verkleidet. Bemerkenswert ist, dass das Fahrwerk einziehbar war und die Haupträder in die Flügel eingefahren wurden. Diese Innovation war in Deutschland bahnbrechend und sollte sich bald in kleineren Flugzeugen und Kampfflugzeugen durchsetzen. Die Hi-70 war für eine zweiköpfige Besatzung, einen Piloten und einen Funker, sowie vier paarweise sitzende Passagiere konzipiert. Das auf einer tieferen Ebene im Flugzeug gelegene Cockpit verfügte über eine niedrige Windschutzscheibe, ein verschiebbares Vordach und eine längliche Verkleidung, die sich von den Kopfstützen der Sitze nach hinten erstreckte und mit dem hinteren Teil der Kabine verschmolz. Obwohl diese Verbesserungen die Stromlinienform verbesserten, hätten sie die Sicht bei Start und Landung beeinträchtigt. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde das Cockpit leicht nach Backbord versetzt, um dem Piloten eine bessere Sicht auf den Boden zu ermöglichen. Im Juni 1932 war die Vorentwurfsphase abgeschlossen und die Arbeiten an einem Prototyp und einer ersten Produktionsserie begannen. Der als Hi-70 V1 bezeichnete Prototyp startete am 1. Dezember 1932 zu seinem Jungfernflug. Aus Sicherheitsgründen war das Fahrwerk dieses Flugzeugs in der unteren Position fixiert. Um den zusätzlichen Luftwiderstand zu verringern, wurden Getriebe und Räder von einer stromlinienförmigen Verkleidung umgeben. Überraschenderweise hatte der zusätzliche Luftwiderstand nur minimale Auswirkungen. Der Heinkel Hi-70 machte seinem Namen alle Ehre und erlangte schnell seinen Ruf. Im März und April 1933 stellte Flugkapitän R. Untucht, ein renommierter Lufthansa-Pilot, mit der Hi-70 V2-8 neue Geschwindigkeitsrekorde in verschiedenen Kategorien auf. Dieser Erfolg erreichte seinen Höhepunkt mit der Präsentation der Hi-70 auf der Pariser Ausstellung 1933 im November und steigerte das öffentliche Image sowohl von Heinkel als auch der deutschen Lufthansa erheblich. Nach einer Reihe von Flugversuchen wurde die Hi-70 A am 15. Juni 1934 in den kommerziellen Dienst gestellt. Gleichzeitig wurden die Modelle Hi-70 B, C und D eingeführt. Diese Varianten ähnelten stark der A-Serie, wobei der Hauptunterschied beim D-Modell ein fortschrittlicherer 750 PS BMW-Motor war. Derselbe Motor wurde auch im Hi-70 G verwendet, dem letzten zivilen Modell. Das G-Modell wies mehrere physikalische Modifikationen auf. Das Cockpit wurde in die Mitte des Rumpfes verlegt und für einen einzelnen Piloten optimiert. Eines dieser Flugzeuge wurde 1935 von Großbritannien erworben und mit einem Rolls-Royce-Castrell-Motor nachgerüstet. Es blieb dort und diente bis 1944 als Flugversuchsträger für Rolls-Royce und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 410 km pro Stunde. Neben der Lufthansa zeigte auch die Luftwaffe, wenn auch damals noch im Schatten, Interesse an Heinkels schlankem Eindecker. Im Jahr 1934 beschafften sie über ein Dutzend G1-Modelle für Verbindungs- und Schnelltransportaufgaben. Als die Luftwaffe 1935 ihr öffentliches Debüt gab, verfügte sie bereits über militärische Versionen des Flugzeugs, insbesondere die Serien Hi-70 E und F. Für die Luftwaffe war die Hi-70 von Anfang an als leichter Bomber- und Aufklärungsflugzeug interessant. Die E-Serie war für den Transport einer Bombenlast von 300 kg konzipiert und verfügte zur Verteidigung über ein am Heck montiertes MG-17 Maschinengewehr. Im Gegensatz dazu war die F-Serie auf die Fernaufklärung zugeschnitten, wurde von einem verbesserten BMW VI 7.3 Z-Motor angetrieben und von einer dreiköpfigen Besatzung bedient. Die ersten Hi-70 E- und F-Flugzeuge wurden 1934 in den Dienst der Luftwaffe gestellt. Bis 1936 rüsteten sie eines der neu gebildeten Langstrecken-Aufklärungsgeschwader aus. Allerdings war ihre Amtszeit als Aufklärungsflugzeug relativ kurz und wurde von der Donnier-Du 17F überschattet. Die E-Serie erhielt im Vergleich zur F-Serie weniger positive Rückmeldungen, da Luftwaffenpiloten die Heinkel aufgrund ihrer leichten Verteidigungsbewaffnung und unzureichenden Panzerung als ungeeignet als leichten Bomber betrachteten. Tragischerweise starb General Walter Weber, der geschätzte Stabschef der Luftwaffe, am 3. Juni 1936 als er persönlich eine Hi-70 flog. Sein Tod, der auf menschliches Versagen bei Kontrollen vor dem Flug zurückzuführen war, hatte weitreichende Folgen. Weber, ein Befürworter des strategischen Bombenangriffs, spielte eine entscheidende Rolle bei der Bildung einer mächtigen strategischen Bomberstreitmacht. Sein Tod veränderte den Kurs der Luftwaffenstrategie und behinderte Deutschlands Fähigkeit, im Zweiten Weltkrieg groß angelegte Bombenangriffe durchzuführen. Im Spanischen Bürgerkrieg feierte die Hi-70 ihr Kampfdebüt bei der Legion Condor und nahm an Aufklärungs- und leichten Bombenangriffen teil. Aufgrund ihres Reichweiten- und Geschwindigkeitsvorteils gegenüber feindlichen Jägern zeichneten sie sich bei der Aufklärung aus. Anfang 1937 erschien die Hi-70 als Exportmodell für Ungarn, ausgestattet mit einem 910 PS starken Gnome ohne Sternmotor. Trotz ihrer Leistung stand das Design der Hi-70 im Kontrast zu ihrer stromlinienförmigen Flugzeugzelle. 20 Hi-170 wurden für den Einsatz bei der einem Stone Independent Launrange Reconnaissance Group nach Ungarn geliefert. Im Juni 1941 griffen sie sowjetische Bodentruppen an, waren jedoch aufgrund ihrer leichten Verteidigungsbewaffnung zu anfällig für Luftangriffe. Nach nur einem Monat wurden sie aus dem Frontdienst abgezogen. Das letzte in dieser Linie entwickelte Flugzeug war die einzigartige Hi-270, die 1938 in die Lüfte stieg. Sie galt als leistungsstärkste Variante und war mit einem 1175 PS starken Daimler-Benz 601A-Motor ausgestattet. Konzipiert als Mehrzweck-Leichtbomber- und Aufklärungsflugzeug, erreichte es eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 460 km pro Stunde. Seine begrenzte Bewaffnung, ein einzelnes nach vorne gerichtetes Maschinengewehr und zwei nach hinten gerichtete Verteidigungsgeschütze, machte es jedoch aufgrund der Kampferfahrungen aus dem Spanischen Bürgerkrieg unbrauchbar. Folglich kam die Hi-270 nie über ihren einzigen Prototyp hinaus und ging nicht in Produktion. Die unterdurchschnittlichen militärischen Eigenschaften der Hi-70 fanden bei den Luftbesatzungen der Luftwaffe keinen Anklang, mit Ausnahme ihrer spanischen Kollegen, die ihren militärischen Nutzen zu schätzen schienen. Nichtsdestotrotz glänzte die Hi-70 in der kommerziellen Luftfahrt und sicherte sich eine herausragende Stellung als ziviles Transportflugzeug, was auch ihre beabsichtigte Aufgabe war. Es spielte eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Heinkels Flugzeugentwicklung und sein Einfluss spiegelte sich in verschiedenen Konstruktionen wider, insbesondere in der Hi-111 und der Hi-112. Insgesamt wurden 324 Exemplare der Hi-70 und ihrer verschiedenen Serienmodelle hergestellt, davon 28 für den Export. Derzeit gibt es keine überlebenden Modelle dieses oft übersehenen Flugzeugs. Dennoch ist es erwähnenswert, dass Hi-70s bis in die 1950er Jahre im spanischen Luftfahrzeugregister eingetragen blieben, bevor sie ausgemustert und demontiert wurden. Die Hüteinung Die Hüteinung Die Hüteinung Die Hüteinung Die Hüteinung Vielen Dank.